Erleben Sie die frische Küche bei Gianni Giamello Catering Service in der ehemaligen Siemens-Kantine im Tribu Technopark Bruchsal. Seit 2014 haben wir mit unserem zehnköpfigen Team das Betriebsrestaurant übernommen. Außerdem sind wir ein von der IHK anerkannter Ausbildungsbetrieb. Von Montag bis Freitag dürfen wir täglich rund 1200 Gäste bewerten. Unsere Lage ist natürlich ideal für die Mitarbeiter im Tribu Park, aber wir haben für jeden geöffnet und freuen uns auf jeden Gast. Das Restaurant ist gut mit dem Stadtbus erreichbar. Gegenüber befindet sich außerdem ein großer kostenfreier Parkplatz. Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei. Von knackig vegetarisch bis Fleischgenuss. Gäste können zwischen drei täglich wechselnden Gerichten wählen. Aktionstheken und die Salatbar bieten ein zusätzliches Angebot. Und ein Dessert geht immer. Das monatliche Highlight bei Gianni Giamello Catering Service ist das umfangreiche All-You-Can-Eat-Eventbuffet mit wechselndem Motto. Wir leben neben Deutschlands Gemüsegarten der Pfalz. Natürlich nutzen wir da regionale Produkte. Auch unsere Metzgerwaren bekommen wir von Metzgern aus der Region. Frisch gekocht wird das Essen verladen und an die Außenstellen geliefert. Wir liefern unser Mittagessen an zahlreiche Firmen, Schulen und Kindergärten. Unser Betrieb ist EU-zertifiziert und dementsprechend zugelassen. Wir überzeugen auch den jüngsten Kunden. Wir erzielen hier eine hohe Kundenzufriedenheit. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir keine klassische Kantine sind. Wir verstehen uns hier als Betriebsrestaurant. Die ständige Anpassung an die Wünsche unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Nach dem Essen lädt die Espresso Bar mit italienischen Kaffeespezialitäten noch zum Verweilen ein. Über das alltägliche Mittagessen hinaus bietet das Team von Gianni Jamelo Catering Service auch für ihr Event die passende kulinarische Begleitung. Ob Betriebsfeier vor Ort oder Catering Service außer Haus, das Team hat für jeden Bedarf die passende Lösung. Sind Sie neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!